Fernsehen gibt es seit 80 Jahren, ca. 80 Jahren in Deutschland. Das heißt, die Massenmedien begleiten uns seit 80 Jahren. Das ist jetzt im Internet, in der digitalen Revolution anders geworden. Aber es gibt ja trotzdem weiter Massenmedien. Und wie wir es genau hier schaffen, Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Neigung, unterschiedlichster Möglichkeiten zu erreichen mit dem Thema Georisiken, Klimawandel, das ist unsere Herausforderung. Ich habe den Begriff Complexity on Demand schon genannt. Es ist durchaus vorstellbar, dass diese Themen auch sachlich und fachlich richtig in Daily Soaps untergebracht werden, ohne die Zuschauer abzuschrecken, es in Kinderanimationen zu verwerten, bis hin zu ganz normalen Spielfilmen, wo es um Familienschicksal, um Liebe, um Tod oder was auch immer geht. Auch hier kann man die Themen mit verarbeiten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.